Schönen guten Abend zusammen. Hallihallo. Hallo aus der Minecraft Ultra Hardcore Welt. Wo bist denn du gespawnt, Christian? Am Spawn. Der ist bei den Kühen. Ja, ich sehe einen. Oh, okay. Dann haben wir hier direkt am Spawn gebaut. Na, weit gelaufen sind wir nicht. Alter, was hast denn du für ein Skin, Christian? Das ist mir bei Suho gar nicht aufgefallen. Oh, Leute, du bist ein Minion. Oh, what the fuck. Ich finde, das ist alles sehr viel oberirdisch. Das wirst du bei Suho ja nicht bringen können, oder? Ja, das hatten wir unterirdisch. Jay hat das nachher oberirdisch gemacht, damit es einfach größer ist. Okay, mein Plan wäre jetzt wieder in den Nether zu gehen und die Slimes zu suchen. Ja, erstmal Jay trollen. Mach mal. So, also. Ich bin auch immer noch im Nether. Hier gibt es eine richtige Parade von Schweinemenschen. Komm, wir machen folgendes, Peter. Wir hauen jetzt einen davon. Was hältst du davon? Nein, halte ich überhaupt nicht davon. Da halte ich so wirklich gar nichts davon. Magma und Böcke sind wohl sehr selten. Es wäre einfacher, an Blazing Rots zu kommen. Das Problem ist, Schocker, dass wir haben Angst vor den Lohnen. Die töten uns. Ja, Lohnen sind gefährlich, Christian. Als wir da waren, waren da zehn Stück und die haben halt geballert wie die Bekloppten. Verdammt, verdammt, wir haben noch nichts zu Meilen mitgenommen. Mann, wir sind so Dullis. Sehr gut, Sepp, du kommst nah, ne? Ich will da jetzt hier runterschubsen. Nein! Oh, jetzt einmal. Nein! Ein Schlag, da stehen wir raus. Ja, noch einmal kurz, Christian. Ich habe da kein Problem mit. Mach ruhig. Ich schon. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Stück, aber... Wo ist Slime? Ich habe gerade einen Magma-Slime angeblich gesehen. Wo habe ich den gesehen? Da war er wieder. Ist das die richtige Richtung? War vorher einer genau da. Da ist er, Peter. Das ist eine Lüge. Da unten ist er doch. Warte, ich helfe dir, spring mal eben. Nein! Ich kann nicht sagen, mit diesem Spiel kann echt jeder Schritt sein tot sein. Der ist halt echt so. Oh, der kleine Mini-Me ist runtergesprungen. Jo. Oh! Da ist ein Slime! Was geht da? Wie komme ich denn jetzt an den ran, Alter? Der ist voll am... Wegfahren einfach. Jetzt bleibt mal hier da! Alter, wie schnell der sich verpisst! Zieht euch das rein, Alter! Der hat eine Mission! Oh, ich bin der da. Was? Komm mal hier hin jetzt! Da! Komm her! Komm her! Slime! Ja! Hier! Ich bin's! Komm und hol mich! Machst du ihn? Jawohl! Komm und hol mich! Ja, du kannst mir vielleicht noch zwei Meter... Ah! Nee, Peter. Nee. Ah! Oh, hier ist ein Ghost. Ah! Geh da! Lass ihn nicht unterkriegen! Mach's den! Ich hatte vergessen, wie das funktioniert mit den Slimes! Ja, in dem einen sind mehrere drin, ja. Das meinte ich vorhin mit Mutterschleim und so. Mutterschleim klingt echt ein bisschen komisch. Und er hat nicht mal was gedroppt! Oh! Was? Okay, ich hab halt null Ahnung, wo er sein könnte. Ja, bleib einfach stehen, Bram. Das ist ein allgemeiner Tipp, wenn du dich verläufst, nicht mehr bewegen. Da ist Magma! Peter, zwei Magma-Blöcke! Alter, wie konntest du die übersehen? Direkt hier neben uns! Wahrscheinlich! Nee! Die sind genau hinter uns! Ja, ich hab gerade genau da hingeguckt, da waren keine! Als ob! Okay, ich knall die ab mit dem Feuerbogen. Ah, die Blöcke! Facken die Slimes! Hä! Cool! Na ja gut, immerhin zwei Stück, das ist ja schon mal was. Und wie viele Feuerresistenztränke kriegen wir da raus, Chat? Sechs! Sechs ist schon nicht schlecht, möchte ich mal ganz kurz sagen. Also gehen wir jetzt einfach so ohne die Tränke los. Wie lange halten die, Chat? Acht Minuten. Okay, ganz ehrlich, wir sollten zurückgehen. Ganz ehrlich, brauchen wir überhaupt nicht. Wir machen ja auch so. Sehe ich anders ehrlich. Kein Thema. Ich hab doch den Mega-Powerbogen hier! Wenn wir sechs Tränke machen, kriegt jeder von uns zwei und Sepp braucht keine. Frenzen noch mehr Slimos! Okay, schon in Ordnung. Au! No! Den Witz hat Jay auch schon gemacht. Langweilig. Das war glaube ich das erste, was Jay geschrieben hat, so allgemein. Warte mal, Peter. Ich hab das kurz ein bisschen geglaubt, muss ich tatsächlich sagen, weil das kein Rechtschreibfehler war. Ha ha ha! Ja, hab ich auch vorher gegengecheckt. Ha 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 ha! Ja. Es ist wieder schön zu Hause zu sein mit den geilen Kühen. Cool! Chat! Wir sind ein Team! Finde ich gut. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich sollte Wasser mitnehmen. Ich verstehe nicht, warum der Eimer plötzlich leer war. Ey, ich hatte Wasser für dich noch extra mit hier. Das erklärt trotzdem nicht, wieso der Eimer leer war. Ja, du darfst den Eimer nicht planten. Du musst halt vorher so einen Cauldron hin planten und da das Wasser reinmachen. Okay, das erklärt trotzdem nicht, wieso der Eimer leer war. Dann bin ich mit da. Christian, du musst erst den Cauldron planten. Ah! Ja, okay. Mein Gott, hat Sepp doch jetzt gesagt. Ne, der Eimer war einfach leer. Du musst erst den Cauldron planten und dann das Wasser ausverwenden. Ich habe gerade einen Wassereimer gehabt. Dann habe ich den aus der Leiste unten, weißt du, aus der Bereitschaftsleiste ins Inventar gepackt. Jetzt ist der wieder leer. Das klingt nach einem Bug. Das ist der Cauldron. Was ist das denn, ey? Das Wort habe ich ja noch nie gehabt. Ey, Jungs, das ist erst Version 14 von dem Spiel. Ja, what the fuck. 1,14. Jetzt werden Lohn gefickt. Alter, was ist denn da passiert? Emra cool. Junge Emra cool ist mega cool. Der hat unsere Community 20 Stufe 1 Subs verschenkt. Dankeschön, Emra. Der war nur für dich. Ich habe was gekriegt. Vielleicht auch. 6 Minuten 30. Okay. Perfekt. 6 Minuten 30 ist das vollkommen. Okay. So. Jetzt hier hoch und zubauen dahinten. Geht ihr da in eine Ecke oder was? Oh Gott. Wir hauen uns hier gegenseitig. Aua! Peter! Das war meine Ecke. Peter, jetzt bauen wir uns hier mal nicht ein, weißt du. Jetzt können wir uns von dahinten ja nicht mehr beschießen. Ist doch besser. Genau, aber jetzt hauen wir uns doch selber. Nein, du musst ja nur stehen bleiben. Du musst dich ja gar nicht bewegen zum Hauen. Du haust den einfach nur von rechts nach links. Oh, einer ist draußen gespawnt. Hahaha. Aua! Der ist in mir drin gespawnt. Das war asozial. Oh. Ja, Peter. Alter, die machen richtig Damage. Ja, weil der in dir spawnt. Ähm, ähm, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich habe noch zwei Herzen. Wasser. Leute, wer haut mich denn hier? Ja, von außen. Von außen hauen die dich. Jungs, das ist keine gute Idee uns hier einzuschieben. Ich habe alles. Aua! Vorsicht. Aua! 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 Der hat mich fast gemacht. Zwei Herzen noch. Wenn noch einer in mir drin spawnt, könnte ich tot sein. Ja, warum heilst du dich denn nicht? Ja, weil ich nicht kann. Er hat nichts mehr. Ja, warum gehst du dann nicht? Das kann ich nicht alleine. Da brauche ich eure Hilfe für. Ja, dann gehen wir. Dann gehen wir, heilen wir und kommen wieder. Ja, eben. Ja, dann wollte ich ja damit ansprechen. Er sagt das doch ganz klar. So, wie viele haben wir? Ich habe eine. Äh, ich habe zwei. Ich habe vier. Okay. Wie viele brauchen wir? Reicht schon. Keine Ahnung. Also du brauchst halt, äh, für Tränke brauchst du halt. Je nachdem, wie viele Tränke wir machen wollen. Oh nein, vor einer Stunde hat mir meine Freundin geschrieben, im Flur ist ein Smoothie. Ah, ich habe einen Smoothie. Das klingt aber eher so, als wenn ihr einen fappen würdest. Warte mal, was hast du denn jetzt mit den Blaze Rods vor? Tränke. Ja, welche? Weiß ich noch nicht. Tränke. Also der Stärketrank ist eigentlich der wichtigste, weil im Suro war der Stärketrank der Heiltrank. Also... Okay, ich guck mal kurz, wie man Stärketrank hat. Das heißt, next auf der To-Do-List ist wahrscheinlich... Enderdrache. Theoretisch schon. Ja. Dafür brauchen wir, ähm... Ender-Augen. Ender-Augen. Da müssen wir Endermänner klatschen, davon rennen hier echt häufig welche rum. Oh Gott! Der Endermänner hat mich. Ja, der hat mich jetzt nicht. Ach, der hat dich? Lol, ich dachte, Alter, der rennt hier auf einmal los. Hab ich mich erschrocken. Ah, der hat halt Bock, Bram. Oh, Bums. Aua. Ich komm da nicht drauf. Oh, warte mal, ich hab da dein Lootenschwert. Eben dein Schwert wechseln. Was für Zeit. Christian wird nur von der Endermann verfolgt, ja. Hey, komm her, Ender-Enderschmender. Boom! Jawohl, nice. Und was hat er fallen lassen? Nix. Keine Ahnung. Nix. Peter, stopp! Du machst irgendwas. Peter, nein! Ist doch alles richtig. Wir haben nur jetzt Instant Healing 2. Peter! Nein, stopp! Wann mach ich denn falsch? Das weiß ich nicht, aber wenn der Chat so... Wenn der rumschreit, würde ich mal gucken. Der Chat ist dumm, Peter. Alles klar. Ist doch alles cool. Aua! Noll! Wenn du von dem Haus runter sprichst, kriegst du Schaden. Drei Blöcke. Ja, das sind drei. Ja, drei Blöcke ist Schaden. Ah, ich bin Sprung. Probier mal aus. Ja, mach ich, pass auf. Wenn ich jetzt hier runter laufe... Ja, lohnt sich gleich der Trank auch. Ne, vier Blöcke. Okay. Echt vier Blöcke? Ja, pass auf. Ja. Du bist ja gerade von drei gesprungen. Ja, du bist ja gerade von... Das ist jetzt vier Blöcke. Eureka. Jo. Tod umgefallen einfach so. Ja. Weißt du, was man bei den Hühnern sagt? Die haben die Power auf X. X. Und jetzt muss das Team so... Oh shit, ich krieg Damage. Geh jetzt zurück ins Spiel. What the fuck? Statt draußen am Haus ist es Tag, Peter. Wieso brennt der Zombie nicht? Dieses Looting-Schwert ist der Shit. Ich hab schon 40 Federn. Gut. Geil. Die Frage ist, wie viele Änderungen hast du? Da wir nur einen Ändermann gefunden haben, gar keine. Null. Aber wieso hat der Zombie... Also es ist Tag draußen. Der Zombie hat nicht gebrannt, der hat mich einfach geschlagen. Ja, geil. Ja, wenn er im Schatten steht, dann... Wie viele Härten hast du? Statt auch im Haus, da ist kein... Die Hälfte. Aber Christian, du musst ja echt nichts draus machen. Ich glaub, wir beide haben schon mehr ihr Leben verloren. Das ist ja eine ganze süße Sache. Bleibt glaub ich nicht. Dafür waren schon viel zu viele Bowls bei Heel, äh, in der Heel-Truhe leer. Mit der Xbox-App. Was heißt online? Regen, da kommt keiner raus. Irgendjemand füllt gerade unsere Base mit fucking Hühnern. Ja, irgendjemand. Sip. Wer macht das? Ne, warum ich? Alter, ich hab mich so gut genommen hier. Warum nicht? Warum nicht? Kaum seid ihr da... Kaum seid ihr da... Kaum seid ihr da... Also erstens hast du, warum ich gesagt. Zweitens hast du eben noch damit geprahlt und du 40 Federn gekriegt hast. Ja, klar. Ja, aber ich hab die eher auch... Aber das heißt ja, dass der Eier hat. Genau. Peter, willst du Feile? Ja. Danke. Geiler Power 2. Dann kannst du mir ja deine Feile geben, Sip. Ja, guck mal, hier kriegst du noch Feile. Ja, pack recht. Christian ja auch noch. Wolltest du euch mit Feilen? Schießen. Ich hab keinen Bogen. Nicht in der Nase. Ja, dann bau dir einen. Ja, Christian, ich versteh auch nicht, was die von einem wollen, ey. Bin nur am meckern. Was soll ich mit Feilen? Ist aber auch ne geile Frage. Guck mal, Christian, ich geb dir mal die Feile. Ja, aber ich hab keinen Bogen und ich bin gerade noch dabei. Darauf kann man doch mal vernünftig antworten, oder? Direkt hier wieder dieser Sarkasmus, ey. Ich bin gerade noch dabei, so lustig die Wild zu rennen, damit ich endlich mal irgendwann Hunger krieg. Warum brauchst du denn Hunger? Damit ich mich heilen kann. Ja, das ist ja wohl logisch. Wie viele Herzen hast du denn? Ja, nachdem er fünfmal vom Haus gefallen ist. Ja, mir fehlen auch drei. Ist doch scheißegal. Du verlierst schon irgendwann Leben, äh, äh, Hunger. Absolut. Dann kannst du ja immer noch essen. Dafür musst du ja nicht ingame Zeit verschwenden, indem du sinnlos durch die Gegend rennst. Mein Gott, ey. Guck mal, Peter, du bist wieder am Hetzen, ey. Effizienz-Bram? Ich muss ja auch mal deutsch denken. Du bist Effizienz-Bram? Ich dachte, ich bin nicht Effizienz-Bram. Nein, ich bin nicht Effizienz-Bram. Das hat mich auf gar keinen Fall. Aber steig nicht die Effizienz, wenn du mehr Leben hast und du länger farben kannst. Hey, hey, Christian. Sag aber nicht so, ja? Du verlierst ja Hunger beim Farben und kannst dann einfach essen. Ja, aber das ist ja over time. Hä? Sagst nix mehr zu, oder? Gibt doch keinen Sinn. Und? Sagst trotzdem nix mehr zu. Sag ja erstmal nicht falsch. Jawoll, ich hab Hunger. Rein damit. Sehr gut, Christian. Lass dir nix erzählen, ne? Ich hab gegessen. Hunger ist das Wichtiges. Ja. Immer.